Wir sind jetzt in Hamburg auf dem Flughafen und warten auf unseren Abflug nach Paris. Hamburg war toll, weil ich das erste Mal in der Elbphilharmonie gespielt habe. Und ein besonderer Moment war auch eine Künstlerstunde in der Elbphilharmonie mit jungen Menschen, die aus Kiel kamen. Wir haben erzählt über das, was wir machen und die waren sehr aufgeschlossen und es war eine tolle Begegnung. Ich habe drei Mädchen zu Hause, die wünschen sich natürlich immer irgendwas Besonderes, was ich mitbringen kann. Und diesmal ist es eine Art Cow-Bonbon und da sind französische Witze drin und da will ich jetzt mal gucken, ob ich in dem nächsten Supermarkt so eine Tüte finde. Die sind schon ein bisschen harsch. Eigentlich sind die ganz weich. Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn man aus dem Bus steigt und nur in den Eingang kommt. Was ich immer wieder beeindruckend finde, dass es so Momente gibt, die kann man nicht beschreiben, wie gut alle zusammenspielen. Stellen, die so Gänsehaut machen und man kann hinterher sagen, das war toll, heute war es besonders schön, wie in Hamburg das zweite Konzert. Und irgendwie weiß man, heute geht es wieder von Null los. Dieses Offene, dass man eigentlich immer das Gleiche macht, man spielt die gleichen Stücke und jedes Mal wird es wieder neu entdeckt. Und das lässt es nicht langweilig werden. Das ist ein wenig. Danke hier. Untertitelung des ZDF, 2020